Schau, ich darf ein wenig Fingern wegnehmen. Laufzeit? Geht angenommen. Auf Platz 4, 19. Gehört Andreas wegen der anderen Armi. Gut! Auf Platz 1 muss es zur Berechnung zwischen Nick Lukas und Schalter Friedrich. Sieger Platz 2 scheint Mario. Sieger Platz 1, Nick Lukas. Sieger Platz 1, Nick Lukas. Sieger Platz 2, Ricci Reto. Sieger Platz 2, Ricci Reto. Sieger Platz 2, loose man rewardiert zurück. Sieger Platz 1, Nick Lukas. Ich komme jetzt zwischen den Leuten zusammen mit in den Augen und lege zu Arma. Ruhig bleiben, Armin. Auf Platz 2 und zusammengreifen. Auch Herr Marimo, dann geblieben wir Stefan. Ruhig bleiben, ruhig bleiben. Auf Platz 3 sehen wir den Schwester Rohr gegen den Widerner Simon. Gut. Ich bin der Kanz der Widerner. Komm Reis, komm. Armin, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Tschüss. Gut. 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 Halt! Ruhig, ruhig! Gut! Halt! Halt! Van Abbezwart! Halt! 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 Komm Reis! Komm Reis, nichts Letze! Halt! Halt! Aufwand 6.3. für Adrian, wegen Dorschein habe ich an. Komm Reis, wechseln auf Letze! Das ist gestellig. Ich wundere mich ab.